Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Entschuldigung wegen der Lichterlichkeiten zu, aber ich möchte hier meine Maske abnehmen. Ja, da haben sich schon viele gefragt, wie ich aussehe, aber jetzt kommt es. Schau drinnen, Kopfhörer. Tala. So sehe ich aus im Real Life. Sieht man jetzt wenig? Wenig. Tala. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao.